Fräulein, Adelheit, kenn ich schon längere Zeit, doch ist noch ungeklärt, ob sie mich auch erhört. Denn sie hat bis jetzt oftmals mich schon versetzt und eine Frage mich nun seit Tagen quält. Warum hat die Adelheit keinen Abend für mich Zeit? Ich hab oft schon nachgedacht, was sie wohl so nach Acht macht. Früher hatte Adelheit jeden Abend für mich Zeit. Ich hab so ne Ahnung, das stimmt doch etwas nicht. Hat denn Adelheit vielleicht für'n' anderen Zeit und will aus diesem Grund nichts vom Ständischein im Ohnenschein und nichts vom Küssen müssen. Warum hat die Adelheit keinen Abend für mich Zeit? Ja, jetzt seh ich's bald selber ein. Das kann nicht Liebe sein. Täglich ruf ich an, wann ich sie sehen kann, doch meist sagt Adelheit. Heute hab ich keine Zeit, wenn sie mir verspricht, dass sie kommt, kommt sie nicht. Drum bleibt die Frage weiterhin ungeklärt. Warum hat die Adelheit keinen Abend für mich Zeit? Ich hab oft schon nachgedacht, was sie wohl so nach Acht macht. Früher hatte Adelheit jeden Abend für mich Zeit. Ich hab so ne Ahnung, das stimmt doch etwas nicht. Hat denn Adelheit vielleicht für'n' anderen Zeit und will aus diesem Grund nichts vom Ständischein im Ohnenschein und nichts vom Küssen müssen wissen. Warum hat die Adelheit keinen Abend für mich Zeit? Ja, jetzt seh ich's bald selber ein. Das kann nicht Liebe sein. Das kann nicht Liebe sein. Das kann bestimmt nicht Liebe sein. Adelheit, Liebling, das kann auf keinen Fall Liebe sein.